Musik Gibt es einen eindeutigen Verlierer und das ist nun wirklich Frau Merkel und das sollten auch Sie mal zur Kenntnis nehmen, das ist ja doch so. Musik Gerade für uns Deutschen ist eine enge Partnerschaft zu Russland aus historischen Gründen, aber eben nicht nur aus historischen Gründen von immenser Bedeutung. Präsident Putin hat Russland nach den chaotischen Jahren der Jeltsin-Ära wieder auf einen Weg der Stabilität zurückgeführt. Musik Staatlichkeit wurde wiederhergestellt, das Vertrauen der Bürger in die staatlichen Institutionen gestärkt, auch der Lebensstandard der Menschen ist verbessert worden. Musik 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 Musik